7. Warum es sich nicht lohnt, Banker zu sein Der City Hall Park ist in dichten Nebel gehüllt, als sich bei Tagesanbruch 7000 Angestellte der New Yorker Stadtreinigung versammeln. Wir schreiben den 2. Februar 1968. Die Stimmung ist rebellisch. Der Gewerkschaftsführer John DeLurie klettert auf das Dach eines Lastwagens, um zu der Menge zu sprechen. Als er den Müllmännern eröffnet, dass sich der Bürgermeister weigert, weitere Zugeständnisse zu machen, droht die Wut überzukochen. Als die ersten faulen Eier fliegen, wird DeLurie klar, dass die Zeit für Kompromisse vorüber ist. Es ist an der Zeit, den illegalen Weg einzuschlagen, den Weg, den die Mitarbeiter der Stadtreinigung nicht beschreiten dürfen, weil ihre Tätigkeit zu wichtig ist. Es ist an der Zeit, zu streiken. Am nächsten Tag bleibt überall in der Stadt der Müll liegen. Fast sämtliche Mitarbeiter der New Yorker Müllabfuhr sind zu Hause geblieben. Wir genossen nie Ansehen und bisher war es mir egal, erklärt ein Müllmann gegenüber einer Lokalzeitung. Aber jetzt ist es mir nicht mehr egal. Die Leute behandeln uns wie Dreck. Als der Bürgermeister zwei Tage später eine Rundfahrt unternimmt, um sich ein Bild von der Lage zu machen, sind die Straßen bereits kniehoch mit Abfällen bedeckt. Und jeden Tag kommen weitere 10.000 Tonnen dazu. Ein übler Gestank hängt über der Stadt und sogar in den gepflegtesten Gegenden werden Ratten gesichtet. Nach wenigen Tagen sieht die Stadt der Städte aus wie ein Slum. Und zum ersten Mal seit der Polio-Epidemie von 1931 sehen sich die Behörden gezwungen, den Notstand auszurufen. Dennoch weigert sich der Bürgermeister klein beizugeben. Er hat die Presse auf seiner Seite, die die Streikenden als gierig und selbstsüchtig darstellt. Aber nach einer Woche wird der Stadtverwaltung klar, dass die Müllmänner die Oberhand behalten werden. New York ist ihnen ausgeliefert, heißt es in einem Leitartikel der New York Times. Diese großartige Stadt muss kapitulieren, wenn sie nicht im Abfall versinken will. Neun Tage nach Beginn des Streiks, als der Müllberg auf 100.000 Tonnen angewachsen ist, bekommen die Müllmänner, was sie verlangt haben. Die Zeitschrift Time wird später folgendes Fazit ziehen. Die Lehre aus New Yorks Abstieg ins Chaos ist, dass es sich lohnt zu streiken. Reich, ohne einen Finger krumm zu machen. Mag sein, aber nicht in jedem Beruf. Stellen wir uns vor, die 100.000 Washingtoner Lobbyisten würden morgen in den Ausstand treten. Oder sämtliche Steuerberater in Manhattan würden sich entschließen, der Arbeit fernzubleiben. Es ist unwahrscheinlich, dass sich der Bürgermeister in diesem Fall gezwungen sähe, den Notstand auszurufen. Tatsächlich dürfte keiner dieser Streiks große Schäden verursachen. Ein Streik von Social-Media-Beratern, Telefonverkäufern oder Hochfrequenzhändlern würde von den Medien möglicherweise überhaupt nicht registriert. Anders bei den Müllmännern. Wie wir es auch betrachten, sie machen eine Arbeit, auf die wir nicht verzichten können. Und die traurige Wahrheit ist, dass eine wachsende Zahl von Menschen Tätigkeiten nachgeht, auf die wir problemlos verzichten können. Würden sie plötzlich aufhören zu arbeiten, so würde die Welt nicht ärmer, hässlicher oder in irgendeiner Weise schlechter werden. Nehmen wir den aalglatten Börsenmakler, der sich die Taschen auf Kosten eines weiteren Pensionsfonds füllt. Oder den gerissenen Anwalt, der einen Rechtsstreit zwischen Unternehmen ewig in die Länge ziehen kann. Oder den brillanten Werbetexter, der sich den Slogan des Jahres ausdenkt und die Konkurrenz aus dem Markt drängt. Anstatt Wohlstand zu schaffen, dienen diese Tätigkeiten im Wesentlichen dazu, ihn zu verschieben. Natürlich können wir keine klare Linie ziehen zwischen denen, die Wohlstand schaffen und denen, die ihn nur verschieben. Viele Tätigkeiten tun beides. Es steht außer Zweifel, dass der Finanzsektor zu unserem Wohlstand beitragen und andere Wirtschaftssektoren in Schwung bringen kann. Die Banken können dabei helfen, Risiken zu verteilen und gute Ideen zu finanzieren. Aber die Banken sind mittlerweile so groß, dass vieles von dem, was sie tun, lediglich den Wohlstand verlagert oder sogar zerstört. Anstatt den Kuchen zu vergrößern, hat der Bankensektor mit seiner gewaltigen Expansion einfach nur sein eigenes Stück des Kuchens vergrößert. Oder wir nehmen die Rechtspflege. Es versteht sich von selbst, dass ein Land ohne funktionierendes Rechtssystem nicht gedeihen kann. Aber macht die Tatsache, dass es in den USA mittlerweile in Relation zur Gesamtbevölkerung 17 Mal mehr Anwälte als in Japan gibt, das amerikanische Rechtssystem auch 17 Mal effektiver als das japanische? Oder sind die Amerikaner 17 Mal besser geschützt als die Japaner? Keineswegs. Manche Anwaltsfirmen haben ein Geschäft daraus gemacht, Patente aufzukaufen, die sie überhaupt nicht nutzen wollen. Es geht ihnen nur darum, andere wegen Patentverletzungen zu verklagen. Es ist bizarr, dass ausgerechnet die Tätigkeit, Geld zu verschieben, ohne damit einen nennenswerten greifbaren Wert zu schaffen, besonders gut bezahlt wird. Es ist eine bemerkenswerte, paradoxe Situation. Wie ist es möglich, dass all die Agenten des Wohlstands, die Lehrer, die Polizisten, die Krankenschwestern, so schlecht bezahlt werden, während die unwichtigen, überflüssigen oder sogar zerstörerischen Verschieber so gut verdienen?